Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich einer der wichtigsten gesellschaftlichen Trends insgesamt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Insofern hat das eine ganz hohe Bedeutung für uns, hat aber natürlich auch unternehmerisch direkt eine Bedeutung für uns. Kundenfragen nach Nachhaltigkeit, Ratingagenturen beschäftigen sich damit. Am Arbeitsmarkt spielt das Thema Positionierung bei Nachhaltigkeitsfragen eine sehr, sehr hohe Rolle. Mir ist wichtig, was ich wahrnehme, ist, dass dort häufig eine sehr weltanschauliche Diskussion stattfindet. Manche sagen, Nachhaltigkeit ist eigentlich das einzig Wichtige in der heutigen Zeit, Klimawandel. Und manche sagen, genau aufgrund solcher Übertreibungen diskreditieren sie möglicherweise das Thema und sagen, es ist nicht so wichtig. Und am Ende liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir brauchen einen klugen, sachlichen Umgang damit.